Ich hab mich heute mit Z-Kurve gesehen. Der ist auf den Stift hochgekommen. Ich weiß nicht, hier. Das ist da hoch. Uernerstrahlen, wo ich zurecht gekommen bin? So, Wernerstrahlen. Berlin! Arbeit in Berlin! Ich muss in Berlin, denkst du, bis 50 gehen. Aber bei 60 kann man... Arbeit in Berlin! Das haben wir hier bei Lidl gemacht. Das ist für meinen Kennen. Das ist sehr eng und das schaffen wir jetzt ein bisschen karl-härter. Das ist die Schraube untergegangen, aber wir haben keine Zeit mehr. Ansonsten gehen sie halt nicht. Kann man fahren. Guck mal, der steht jetzt. Warum der steht jetzt drauf? Nicht trotzdem, weil der ist noch ein, zwei Zentimeter. Guck mal den Überhang an, nach hier vorne. 19, 20 wird es nicht drauf kommen. Guck mal, ich sitze alle auf. Die Führer. Das geht nicht. Dieses Teil ist gut. Ah, keine Arme! Das ist es 2.000 Uhr, oder? Das ist 2.000 Uhr, oder? Das ist 2.000 Uhr. Ja, das ist 2.000 Uhr. Das ist 2.000 Uhr? Das ist 2.000 Uhr? Na, ähh... Kann noch 1.000? Ja, da können wir sehen. Der ist hier ein bisschen gelb. Steffen, der war schon. Das kam noch 13.0. Einstieg. 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 Das kam noch eins oder so. Das ist mit der Fahre. Die ist hier. Oh, mein Ding ist da Luftrein. Das sind meine Pferde. Das ist der Pferde. Das ist der Pferde. Was? Nein, das ist schön. Was? Was ist denn los? Was? 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 Ich würde die Frauen unbedingt haben mit diesen Zutzen. Ja, aber das ist das. Ich würde die Frauen unbedingt haben mit diesen Zutzen. Ich würde die Frauen unbedingt haben mit diesen Zutzen. Ich würde die Frauen unbedingt haben mit diesen Zutzen. Ich würde die Ekonomi verstellen. Die beiden rein. Ich würde es mal jemanden kaufen. Aber ich glaube, nächstes Jahr ist es hier. Also wenn du es jetzt hier bei den Casebook kaufst, völlig guten Preis machen, wenn ich das gut sage. Aber haben die dann bei einer Pferde? Das ist ja auch mal. Die Karte ist dann auch mal schön. Ich würde es da auch machen. Ich würde das, was man undergraduate machen kann. Ich würde das amor-mum-humm-humm. Deine Frau ist dann schon besser. Ich würde die Entsp adorable. Die sind so sehr, dass man immer noch eine Pferde. Quietschen und Zutzen, wenn die Karte ist. Die Karte ist so sehr, sie ist auch sehr. Also war eine Pferde. Oder oder? Ich würde es noch? Die Karte macht mich. Das ist eine große Herausforderung. Der Kaffee ist in der Nähe des Kaffee. Ich habe die andere hier gemacht, wir gucken mal, der Kreisplatz extra bis der kommt und so weiter, das ist der ganze Zeit, aber drücken wir uns ein bisschen weiter gehen. Boah, drängst du das mal oder was? Nee, die machen das auch, aber zu feiern. Oh, kein, was soll ich sagen? Nein, Mann, ich bin faktisch. Oh, wie kommt ihr entgegen? Wir rücken das gleich. Ich komme nachher nochmal rum. Boah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.